Hallo und herzlich willkommen zu The Forest in der 26. Folge. So, ja, eben wie man schon sieht, richtig schöne Reihen, ohne Bugs natürlich gemacht. Habe ich natürlich, ne, alles aufgesammelt, schön einzeln. Nein, habe ich nicht, bin ich ehrlich. Das sieht ja in der Vorfolge. Meine Hand tut immer noch weh. Ja, entweder wird das jetzt nur noch eine Folge. Oder zwei. Kommt doch an, wie eine SMS kommt. Äh, hä? Jetzt. Ähm, ja, wir wollen hier alles... Alter, fuck. Uh, hier kann ich noch mal ein paar hinbauen. Mach ich kurz ehemals? Ah, falsch. So. Nein. Ich meine... Ne, das war doch nichts, das ist doch nichts. Leider sehe ich jetzt auch gar nichts mehr. Da, da, da... Ne, da. Und so. Fuck. Ja, blöd. Ich glaube nicht, dass ihr sehen wollt, wie ich hier die ganze Zeit irgendwelche scheiß Sticks einsammle. Ich schweige denn, ob ihr sehen wollt, wie ich die ganzen Bäumchen hier fälle. Aber ich muss auch was machen, ne? Ähm, so. Falls sich jetzt jemand, falls sich jetzt jemand eingeschaltet hat erst, ich fälle die kompletten Bäume da ab, weil ich in der neuen Vollversion, ach schon, das war da hinten die Brücke, ähm, in der neuen Version dann eben wieder neue Bäume da zu stehen habe und ganz viel Holz. Ich weiß, was bringt mir das da drüben, wenn ich das vielleicht irgendwann mal da brauche. Aber das sind auch noch, äh, da sind auch noch Holz und, und, und. Und ich werde auch nicht bei jeder Version neu anfangen, weil, ja, das ist ja so gesehen wirklich komplett immer mit allem von vorne anfangen und ich glaube, das ist auch ziemlich langweilig für euch schon ein. Deswegen habe ich mir jetzt gesagt, mache ich das so, dass ich immer, und immer, und immer weitermachen werde. Ach ja, Zeichen Hasen, man hat mich erstaunt, äh, okay, ja, ja, klar. So, einmal speichern, das war Tag. So, von was das Let's Plays geben wird in nächster Zeit, sobald sie draußen sind. Ähm, GTA 5. Zu 50% Fallout 4. Weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Ähm. Die Sims 4. Ah, weiß noch nicht, ob ich mir die wirklich zu 100% auch kaufe. Weil da gibt es ja immer so viele Add-ons und darüber. Was definitiv kommen wird, mit einem Jahrnauslufezeichen, ist Mirror's Edge 2. Ist ein Traumspiel von mir. Ich, oh, ich freue mich da schon seit, seitdem drauf, seitdem ich gelesen habe, dass die ja dran arbeiten, ey. Oh. Ich habe mir auch nichts durchgelesen, um was es da geht, das will ich gar nicht. Aber, ich freue mich schon tierisch drauf. Ähm. Dying Likes. Das kommt ja auch hoffentlich noch dieses Jahr raus. Also, ich habe ziemlich viel vor. Aber ich will das mit neuen Spielen machen. Du hast mich bei, mit Sephora, das war, das ist ja eigentlich immer noch ziemlich neu. Bei GTA 5 ist auch erst nochmal 80%. Muss ich gucken, weil angeblich soll man die Singleplayer auch trotzdem im Laden als Multiplayer spielen. Muss aber gucken, wer sich das dann kauft und wer dann Lust hätte, überhaupt da so zu spielen. Multiplayer wird es da bestimmt auch was geben. Aber GTA 5 haben ja auch schon andere gespielt, zwar über Playstation oder sowas. Ich habe das Spiel für Playstation und... Oh, mal gucken. Ich weiß ja, was passiert. Ne, Quatsch, wartet mal. Das ist mit Singleplayer. Als Multiplayer, so wie sie es spielen. Das war aber Fallout 4, glaube ich. Nicht bei GTA 5. Ich weiß jetzt auch gar nicht. Egal, auf jeden Fall. Ja, mal gucken. Dying Knight wird hundertprozentig. Mirror's Edge 2 wird hundertprozentig. Sims 4, 50, Fallout 4, 50 und GTA 5 wahrscheinlich jetzt eher nicht mehr, weil wir haben schon zu viele. Ihr könnt das in die Kommentare schreiben oder so. Muss ich mal gucken. Muss ich jetzt auch endlich mal so eine Website erstellen. Haben die auch schon welche nach... Privat gefragt, ähm... Ob ich dann auch eine hab, wo ich dann... Wo die lesen können, äh, wann es neue Folgen gibt und von was ich was mache und so. Ja, nee, leider noch nicht. Ich habe immerhin schon Nummer 3. Yay! Doch, müsste jetzt schon mal 3 sein, wenn ich das letzte Mal geguckt habe. Ja. So. Gefällt es mir nicht nach da. Ja, nein. Jaja. Ich wollte gerade weggehen. Aber ich blieb richtig dran hängen. Weil nicht, dass ich dann wieder weg... Ne? Wie schon einmal. Auch wenn das nur eine Rüstung mir gekostet hat. Komischerweise. Äh. Ach gut. Jetzt liegen da unten jedenfalls 2. Die ich auch demnächst holen werde. Und demnächst mal nicht jetzt sofort. Aber... Ja. Na doch. Klar. Why not? Ich hätte das auch alles schön im... Zeitraffer machen können und nachsynchronisieren, dass ich dann spreche, aber... Ja. Hm. Hatte ich aber wirklich vor. Hab ich lange drüber über Nacht... Drüber... Drüber nachgedacht. Aber... Ich glaube, mein Magen geht gar nicht runter. Und mein Hunger geht gar nicht runter. Oder? Ich hab in der letzten Folge erst Snickers gegessen. Und jetzt... Ich weiß es jetzt aber ehrlich gesagt sogar gar nicht. Ich hab da nicht weiter drauf geachtet. Oh oh. Bevor sie hier alle runterrollen. Babab. Welche hier... Naja, ist mir egal, wo ich jetzt hin sortiere. Erstmal Hauptsache ist es dann auch alles voll am Ende. Oder? Ja. Ich weiß mal wieder nicht, wann ich angefangen hab. Und mit den 26 Minuten werde ich dann... In der nächsten Folge machen. Vergesse ich eh. Ich weiß. Geht auch nicht so wirklich. Weil ich kriege ja auch ständig SMS und sowas. Und Anrufe. Na gut, SMS ist jetzt nicht so wild. Aber ich kriege öfters Anrufe da, wo ich dann auch rangehen muss. Außer bei unbekannten Nummern. Da geh ich generell nicht ran. Definitiv nicht. Wer was will, mich kennt und andersrum. Mist. Wer kann mich auch... Unter... Vorhandener Nummer, sag ich mal. Anrufen, das... Weiß ich nicht. Finde ich immer so... Also... Warte mal, treff ich den Baum? Nee, nee. Nee. Na gut. Der will nicht weg. Ah, guck doch mal hier. Der ist ja schon fast weg. War auch komisch. Normalerweise achte ich da immer schön dolle drauf, aber... Nö. Bei diesen Baum scheinbar nicht. Ja, ja. Bevor ihr mich hier wieder mal weg wollt, ne. Hier fehlt nämlich noch einer auch. Das ist natürlich das ärgerliche immer, dass man die da nicht einsortieren kann, weil man irgendwie von irgendeiner anderen Position... Warte mal, zwei, ja. Ja. Sehr schön. Ich muss ja aber die alle vollkriegen. Das möchte ich sehr gerne. Und die Folge wird jetzt erstmal bis... Um 18 Uhr gehen. Ich glaube, die Folge... Ich hoffe auch, dass die Vorfall gar nicht mal so lange ging. Ah, ich hab's geschafft. Ich hab ja schon 104. Vier? Das müssen wir gleich nehmen dann. Ah, da umliegt noch einer. Okay. Ich wollte mal sagen, find something to eat. Oh, jetzt hab ich Alkohol getrunken. Oh. Ging der Magen natürlich jetzt runter. Also das ist das Hunger... Der Hunger runter. Beziehungsweise hoch. Wie man sagen möchte. Ich brabbel hier immer so viel, dass mein Mund total trocken wird. Oh. Irgendwann eine Cola bringt da auch nicht unbedingt... Hä? Bringt da auch nicht unbedingt viel. Ähm. Ach da. Ich wollte grad sagen. Ich müsste erstmal doch langsam... 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6. Ja, ich muss hier mal langsam doch mal... Vernünftig das sortieren. Weil irgendwann hab ich hier keinen Durchblick mehr. Und daher die immer gleich liegen. Ist das positiv für mich? Weil dann seh ich auch manchmal vielleicht... Wo welche denn noch sind. Äh, wo welche noch fehlen. Aber... Naja. Auf jeden Fall ist das sehr ruhig. Jetzt. Nein. Jetzt. Also ein Stick. Bevor ihr mir hier... Wieder wegrollt... Sack ich euch mal schnell hier ein. Ja, dich auch. Ich lasse niemanden zurück. Keine Sorge. Außer den da oben grad... Den... Alter. Den hab ich jetzt aber wirklich... Eben grad Äste sehen. Der liegt ja auch so ganz einsam. Ich... Ich nehm nicht mal mit, ja. Ich sollte mal wirklich hier Lagerist werden. Bei dem Spiel auch schon alleine. Ich glaub die... Die stapeln sich dann ganz anders. Sobald man... Ähm... Sobald man... Den letzten raufgepackt hat. Müsst ihr mal drauf achten. Du fällst. Naja. Besser so wie du vorher fallen wolltest. Aber na gut. Ah. Du rollst mir nicht hinterher. Schade. Wär natürlich... Ha. Nicht durch den Baum rollen. Das ist unrealistisch. Ach ja. Haben wir nicht noch viel zu tun hier. So... Die Folgen werden es auch ganz einfach heißt. Sowas wie... Der Abtransport. Oder was weiß ich. Baumfellenteil... 1, 2, 3, 12, 70... Weiß ich mal nicht. Ist ja nichts anderes wie die Baumfäume fällen. Das ist mein Problem. Ich weiß nie, was man wirklich machen kann. Soll. Jetzt hab ich nicht drauf geachtet. Seht ihr? Ich vergesse es. Na gut. Ich hab's nicht vergessen. Ich hab's nur nicht drauf geachtet. Mein Gedanken hatte ich. Da hab ich schon gedacht. Ah. Ich gucke jetzt mal. Und dann... Ich hab's nicht drauf geachtet. Rain. Ach ja. Hier ist noch so einiges zu tun. Also ihr braucht eigentlich gar nicht mehr, wenn euch das hier nicht interessiert, einschalten. Weil hier passiert nichts. Aber ich möchte einfach mal ein bisschen reden. Wir gehen auch in der neuen Staffel definitiv wieder auf Jagd, Lovis, auf jeden Fall. Aber sowas die ganze Zeit zu machen ist auch für mich langweilig. Na gut, fehlt eigentlich ehrlich gesagt. So schlimm finde ich das diesmal gar nicht. Diesmal echt? Also ich hatte schonmal Schlimmeres gemacht mit der Brücke zum Beispiel. Ich meine normalerweise könnte ich an der 2 stehen, ne nicht ganz. Dann könnte ich ihn aufnehmen. Warte, warte. Oh Gott, ach du großer Gott. Ich könnte also rein theoretisch 80 Minuten, also eineinhalb Stunden gut aufnehmen. Das dann zweifach machen, von der Geschwindigkeit her. Ähm. Und danach synchronisieren, dann habe ich einfach wirklich viel mehr gemacht. in nur einer Folge. Weil es ist ja hier nichts großartiges und da kann ich auch spielen nachts. Ich habe es versprochen, dass ich nachts nicht mehr spiele. Oder nicht mehr aufnehme, weil dann rede ich ja. Und das stört scheinbar ziemlich doller. Manche. Guck mal jetzt. Scheiße. Alle Müsse-Riegel weg. Ich werde hier gleich mal ein Feuer mir aufbauen. Und es hört auf zu regnen. Gott sei gepriesen. Wenn man es so sagen kann. Fällt es nicht in. Ich habe doch nur leicht angestupst. So einer ballert da runter doch nicht. Bleiben wir alle ganz relativ doll sehr ganz viel ruhig. Ach ja. Vielleicht mache ich das heute nachts. Ich hoffe da kommt keine neue Folge raus. Äh. Keine neue. Kein neues Update. Dass ich das doppelt mache und das nach synchronisieren. Nur so schlimm ist das jetzt auch nicht. Denke ich. Ach ja. Mal gucken. Vielleicht mache ich das auch vierfach. Oh. Weiß ich gar nicht wie schnell das dann aussieht. Muss ich gleich mal. Erst mal gucken bei. Irgendwelchen anderen Folgen. Na welcher Baum fällt zuerst? Ich glaube der rechte. Fällt irgendwie gar keiner. Alter. Oh. Hallo. Hallo. Alles klar. Ich dachte schon es geht jetzt keiner mehr kaputt. Von den beiden. Oder und. Auch. Unfählbare Bäume gibt es hier nicht. Noch nicht. Nee. Nein. Äh. Hä? Da fehlt doch wohl ein Ast. Ach ja. Ich. Ich. Überlege auch schon ob ich mir dann einen neuen Kanal mache. Dass das hier jetzt erstmal nur noch für The Forest ist und für x beliebige andere Sachen. Ich war grad sagen scheiße. Ich meine hier ist ja alles drauf auf diesen Kanal jetzt. Momentan wirklich alles. Dann werde ich mir einen Let's Play Kanal machen. Was weiß ich. Wie ich den nenne. Das werde ich dann. Könnt ihr in die Kommentare schreiben? Wie soll ich den Kanal nennen? Es darf natürlich nicht vorhanden sein. Weil. Es können keine zwei gleichnamigen Kanals. Offen. Ding sein. Aber ihr könnt sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht suche ich mir dafür sogar einen aus. Das wär auch mal doch was. So. Die Folge geht jetzt noch 8 Minuten. Ich weiß nicht wie lange die jetzt. Dann geht. Aber. Hier geht das auf jeden Fall noch 8 Minuten. Und wie gesagt. Hier ist jetzt nur Bäume erstmal fällen. Die nächste Folge wird. Achso. Seht ihr da? Müsse ich mal. Ja. Ich mach noch eine Folge. Normal. Die nächste muss ich danach synchronisieren. Entweder zweifach oder vierfach. Das werde ich hier nochmal gleich gucken. Oder. Ne. Ich mach das anders. Ich mach sobald. Bis es dunkel wird hier. Huch. Alter. Das ist krass. Das geht relativ schnell. Und das dann noch. Warte mal. Vierfach. Vier. Achtzehn. Sehn. Hä? Hä? Ich habe gerade ziemlich durcheinander. Egal. Okay. Naja. Gut. Achso. Ich muss mal weiter gehen. Ähm. Also. Bei vierfacher Geschwindigkeit müsste ich die zwanzig. Zweihund. Zweihundert. Minuten. Machen. Wie viele Folgen wäre. Ja klar. Vier. Ja. Das wären. Zwei. Drei. Drei. Stunden. Und zwanzig Minuten. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Sechs. Zwölf. Achtzehn. Vier. Und zwanzig Minuten. Ja. Und zwanzig Minuten. Klar. Ja. Das wären zwei. Drei. Stunden. Alter. Das wäre. Von vier Folgen nur einer. Ja. Hoho. Ja gut. Da wäre es ja individuell. Individuell. Wie ich. Ne. Quatsch. Warte mal. Ne. Müsste ich dann wirklich so lange machen? Weil ich. Vervierfache das ja. Dann ist es ja trotzdem nur eine Folge. Die dann trotzdem. Vierzig Minuten genau geht. Wenn ich. Zwei. Hundert Minuten. Das mache. Aber. Vierfach. Ich. Ich muss gucken. Wie schnell ich das machen könnte. Dass man vom Spiel dann noch was Schönes erkennt. Aber. Im Vegan Mode. Weil dann bringt es euch ja nichts. Wenn ich da. In Super High Speed hier. Ne. Irgendwie. Irgendwelche Viecher da töte. Ne. Quatsch. High Speed. Warte mal. Doch High Speed. Ne. Zeitraffer. Ich weiß gar nicht. High Speed ist glaube ich hier. Ähm. Slow Motion. Ne. Seht ihr? Ach weiß ich nicht. Alter. Die Solar macht doch. Die machen wieder voller. Oder? Ne. Quatsch. Ich habe erst was geschnabuliert. Habe ich nicht gleich gesagt. Dass die Folge gleich vorbei ist. Irgendwie. Ne. Quatsch. Ja. Warte mal. Bis 18 Uhr. Es wird zu schnell 18 Uhr. Dann bis es dunkel wird. Hier ist schon wieder alles voll. Komm zu mir. Mal gucken. Was steht da? Achso. Quatsch. Ich habe vorhin nachgedacht ob ich noch eine Folge mache. Stimmt ja. Weiß ich noch nicht. Habe ich glaube ich auch gesagt. Dass ich mir das dann nochmal gucken muss. Ich mache den Baum hier noch. Dann muss es gleich. Gleich muss es stoppen wuster werden. In the forest. Jetzt müsst ihr ja. Jetzt müsst ihr ja. Jetzt müsst ihr in dem Spiel noch unbedingt eine Uhr geben. Ah. Ey. Ey. Nein. C, 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 C. Bevor du mich hier noch wegrollst. Kloppe ich lieber auf meine C-Taste. Mache ich sowieso immer wenn ich hier lang gehe. Nachher fehlen hier doch noch welche. Äh. Alter. Alter. Wirklich. Oh mein Gott. So viel kriege ich doch gar nicht mehr voll. Muss ich. Muss ich. Aber auch noch in dieser Version. Haha. Oh mein Gott. In dieser Version noch so viele Dinger da voll. Ich glaube dann kommt das mit den 200 Minuten gut hin. Ich glaube vierfach ist einfach zu schnell. Mache ich lieber eineinhalb Stunden. Zweimal. Das Nachsynchronisieren wird nur schön. Kann ich ohne Ton spielen ohne Headset oder ist das schön. Mal gucken. Mal gucken. Ne Leute. Spontan. Ne Vogel. Siehst du auch so ne. Wenn du runterfällst heißt das ja. Das nicht mal Schicksal ist. Welche Blätterchen habe ich denn eigentlich schon. Oh. Wow. Ich glaube damals hatte ich 2, 3, 4, 5, 6 tausend. Ach so. Ja. Die Folge ist auch vorbei übrigens. Gut. Dann vielen dank fürs Zuschauen. Ich hoffe ihr seid in der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Die wird noch wahrscheinlich normal sein. Nicht im Zeitraffer. Egal. Guckt einfach rein. Schreibt den Kommentar wie euch trotzdem das Video gefallen hat. was ich besser machen soll, was ich mal bauen soll und, und, und. Gut, in diesen Folgen braucht ihr jetzt nicht schreiben. Geh mal. Geh mal ringsherum. Ist klar. Das ist ein bisschen eintönig jetzt die ganze Zeit, Riesenwald zu fällen, aber naja. Ansonsten trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch diese Folge trotzdem und die letzten Folgen trotzdem gefallen haben. Ja, klar. Ja. Damit verabschiede ich mich dann erstmal von euch. Danke. Und gebt einen Daumen nach oben und abonniert mich für weitere Folgen. Ich hoffe, ihr seid trotzdem in der nächsten Folge dabei. Ciao.